Hallo ihr furchtlosen Zuschauer und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Little Nightmares. Ja, wir sind in der letzten Folge der Müllgrube wie ein Phönix emporgeschrieben, ja. Und befinden uns jetzt in diesem komischen Abwaschraum. Auf jeden Fall wird hier gerade ordentlich sauber gemacht. Die Frage ist ja natürlich, wer verursacht dieses ganze dreckige Geschirr? Ich glaube, das ist etwas, dessen Frage wir bestimmt noch bald herausfinden werden. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter. Wir müssen jetzt natürlich erst einmal kurz einen Moment abpassen, wo wir hier raushüpfen können. Weil die beiden uns sonst, denke ich mal, sehr schnell mit ihren fettigen Augen sehen werden. Warte mal, am besten ist es. Ja, genau das ist das, was ich vermeiden wollte. Keine Ahnung, sehen die uns jetzt hier? Ich glaube schon. Warte, ich lauf, ich lauf. Wir schaffen das nie. Wir schaffen das nie im Leben. Nee, nee, ich bin nicht hier. Ich bin nicht da. Das war ein super Plan gewesen. Ich wollte mich eigentlich zuerst da ans Loch ranhängen. Ach, die sehen mich gar nicht mehr. Ich wollte mich eigentlich zuerst da hinten ans Loch nämlich ranhängen. Und dann eben halt, wenn der eine wegguckt, direkt rausspringen. Aber gut, so geht's auch. So geht's auch. Wo sind wir denn hier? Diarrhoe, ist das da Blut auf dem Fußboden? Ich bin mir gerade nicht sicher. Könnte auch Wasser sein. Okay, der wäscht da gerade ein bisschen ab. Ich hab gerade ein bisschen Schiss, dass er jetzt hier jeden Moment reinkommt. Wir dürfen natürlich auch nicht über den kaputten Teller dort auf dem Fußboden laufen. Das hören die, denke ich mal. Mit ihren verfetteten Ohren und... Ach, guck mal, wir sind da voller Schaum. Ach, Mensch. Ich luder. So, hier ist ein Schalter. Für... Oh, scheiße. Für die Haken dort oben, hab ich gerade gesehen. Und ich denke mal, diese Haken werden uns wahrscheinlich hier auch rausbringen. Na komm, Fettsack, geh weg. Boah, die sind so widerlich, ne, Alter. Ich find die so penetrant und ekelhaft einfach. Wobei, ich find die sind noch lange nicht so schlimm wie der Hausmeister. Weil die kommen hier einfach nicht unter die Tische drunter mit ihren fetten Armen. Ihr fetten, ekelhaften Kackpratzen, ihr ekelhaften Kackwürste. Ihr seht aus wie Scheiße, die zu lange im Park lag. Und deswegen weiß geworden ist. Ihr seid so ekelhaft. Die Entwickler wollten zuerst euch etwas fetter machen. Nur die Textur hat dafür leider nicht gereicht. Ihr fetten Arschkrampen, ihr seid so ekelhaft. Ihr... Entschuldigung. Ich hab hin und wieder mal so meine Momente. Muss man ja auch hin und wieder mal einfach rauslassen. So. Die Frage ist natürlich, da gehen die Haken auch lang. Ist es vielleicht möglich, dass wir dort hinten irgendwo raufkrabbeln müssen? Hier. Dieser komische Tellerturm. Ich find den sehr verdächtig. Pass mal, ich lass den einen Kollegen da mal jetzt lang gehen. Ich hoffe, dass der andere uns jetzt nicht sieht. Ich hab jetzt keine Ahnung, wo der ist. Ach, der ist... Ach so. Ja komm, kletter da hoch, kletter da hoch. Kletter da hoch. Oh Gott. Kriegen die mich hier? Tschüss, Leute. Ich bin Hermes, der Götterbote. Adieu. Find ich grad irgendwie ein bisschen witzig. Wie sie versuchen, mit ihren Stummelärmchen irgendwie nach mir zu greifen. Irgendwie niedlich. Oh. Ich glaube, wir sollten uns genau jetzt fallen lassen. So. Hm. Nein. Lauf. Lauf, du alte Lauf. Nein. Das ist doch nicht dein Ernst. Da hat er wieder einen Machtmove gemacht. Der alte Jedi-Meister, du. Der alte Jedi-Meister. Tz, 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 tz. Gibt's ja echt nicht. Mann. Ich glaube, ich hab zu langsam reagiert. Ja. Ja. Da kommt er auch schon. Nee. Jetzt. Das kann doch nicht angehen. Das kann doch nicht angehen. Wie soll ich das denn schaffen? Ich muss direkt loslaufen. Ich muss direkt loslaufen, wenn's jetzt gleich losgeht. So, komm. Lauf, 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 komm, komm, komm! Jetzt könnte es klappen, jetzt könnte es klappen. Ja! Fettsack! Ich lauf direkt weiter, komm! Laufe, lauf, 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 komm, komm, komm! Oh, da! Warte, 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 warte! Nein! Was? Was? Ich bin noch zum Haken gesprungen! Ich bin noch zum scheiß Haken gesprungen! Es ist, ähm, ja, die Folge beginnt mal wieder mit, äh, haufenweisen Verrecken. Wunderschön einfach nur. Wunderschönes Gameplay. Das findet ihr auch nur hier auf meinem Kanal. So. Kollege. Alter, hat er gerade mit Wein nach mir geworfen? So, warte. Warte, 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 warte. Äh? Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn machen, wenn da kein Haken ist? Also das Spiel, das mobbt einen echt. Das mobbt einen so richtig, weißt du? Ja, ist er gut. Läh? Läh? Jetzt die ganze Zeit rumrollen, die Idioten. So. Direkt weiterlaufen. Jetzt wirft er wieder mit Wein. Ich bin kein Alkoholiker. Ich bin seit 15 Jahren trocken. Ah, ach so. Die Haken sind direkt über uns. Die sehen immer so aus, als ob sie so eine Spur dahinter wären. Deswegen, alles klar. So. So, wir fliegen elegant davon. Und ich bin mal... Oh. Jetzt hat sie... Die hat jetzt automatisch losgelassen. Ich bin jetzt mal gespannt, wo es jetzt hingeht. Ich hoffe, wir sind die beiden jetzt erstmal los. Für einige Weile. Das wäre schön. Ich würde mich sehr drüber freuen. Gut. Ah, siehste. Neue Map wurde geladen. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Es tropft... Alter, was? Es tropft auf jeden Fall von der Decke. Da scheint wohl irgendein Rohr, um dicht zu sein. Ich sollte mal den Klempner rufen. Und irgendwas schreit da im Hintergrund. Hier geht eine Leiter nach oben. Eine sehr lange Leiter, wenn ich anmerken darf. Und hier scheint irgendein Licht raus. Geh' nicht ins Licht. Doch, geh' ich. Boah, was? Äh, was? Was? Wir sind... Alter, Entschuldigung, wie geil gerade das Wasser aussieht. Alter. Und da laufen irgendwelche Leute auf... Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich geh' mal davon aus, dass das Ganze hier ein Schiff ist. Ich kletter' erstmal kurz die Kette hoch. Das ist auf jeden Fall ein Schiff. Hier rechts. Aber was... Also ich denk' mal, das unsers wird ja auch, denk' ich mal, ein Schiff sein. Das erklärt auf jeden Fall einiges, warum das hier so schaukelt und so. Alter. Boah, das Wasser sieht echt geil aus. Das muss ich echt zugeben. Richtig Hammer. Was ist das? Wie klein wir sind, Alter. Guckt euch das mal an. Sind das da vielleicht, die da gerade an Bord gehen? Diejenigen, die das ganze Geschirr verursachen? Die vielleicht herkommen, um die ganzen kleinen Mädchen zu fressen? Wär das möglich? Ich weiß es nicht. Da gehen sie alle an Bord. Die haben teilweise Masken auf. Guckt mal. Da haben manche von den Masken auf. Und die sind auch alle... Boah, Alter, sind das Fettklöpse, ey. Alter Schwäne. So wird irgendwann die Menschheit enden, wenn's nur noch McDonald's gibt zum Ernähren. Ist bestimmt hier so ein, so ein, so ein maritimes McDonald's-Restaurant, das einfach auf dem Wasser, äh, ja eben halt betrieben wird. Das wird's nämlich sein. Und statt Pommes gibt's frittierte kleine Mädchen. So. Ladebildschirm, ich müsste den eigentlich echt mal rausschneiden. Ich lass den jetzt immer drin, ne? Ich quatsch da nämlich immer direkt rein, das ist das Problem. Dann kann ich das nicht mehr rausschneiden. Naja. Es geht weiter. Erstmal voll auf die Fresse gelegt. So, erstmal hier die Bretter. Reicht das schon? Kommen wir da schon durch? Ja, ich komm da schon durch. Super. So, ich mach mal wieder mein kleines Lämpchen hier an. Ich bin ja gerade ein bisschen gespannt, was uns so als nächster Gegner erwarten wird, ne? Boah, Alter. Aber was sollen denn die Masken? Das versteh ich nicht. Sieht ja schon ein bisschen witzig aus, wie sie da hin und her taumeln, ne? Ähm, soll ich jetzt hier hochklettern? Sehen die uns dann? Ähm, wer ist das da oben? Das... Das ist doch die eine ganz aus der ersten Folge. Die man direkt am Anfang sieht. Oder? Ist das hier quasi irgendwie die Chefin oder sowas? Ich hab keine Ahnung. Wie aufgeräumt und schön eingerichtet jetzt hier plötzlich alles ist. So. Einmal von Lampe zu Lampen, ne? Äh, Lampe. Lampen. Ich kann schon wieder nicht reden. Nein! Ja. Das war mal wieder eine Glanzleistung von mir, ja? Ähm. Ist ja schon irgendwie traurig, wie oft ich in einer Folge eigentlich sterbe, ne? Bitte mach mal jemand einen Best-Off von diesem Spiel. Bitte. Ich... Ich würde mich echt drüber freuen. So, jetzt aber. Hier. So. Wir sind drüber. Kriegen wir hier die Türen? Oder? Ach nee. Ich glaube, wir können uns hier durch den Schlitz quetschen. Und da wird, glaube ich, gegessen hinter diesen Wänden. Oder hier hinten auch schon. Alter, was? Okay. Also meine Theorie ist jetzt. Das Ganze ist ein schwimmendes Restaurant quasi, ja? Ja, es ist einfach ein schwimmendes Restaurant. Ein schwimmendes Restaurant für Riesen quasi. Und wir sind hier das Ungeziefer. Und wer will schon gerne Ungeziefer in einem Restaurant haben, ne? So, es ist ja zu schlau hier lang zu gehen. Ich weiß es natürlich nicht. Ich glaube, der ist aber mit anderen Dingen beschäftigt. Ich glaube, der Herr... Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn man das Fleisch kaut und nicht lutscht. Ja, okay. Ähm, wir lassen den guten Herrn mal alleine. Ich glaube, der weiß schon, was er da tut. Der ist ja gut. Ohohohohohoho. Mann, du bist aber... Oh, Alter, was? Was? Hat der... Hat der uns gerade gefressen? Alter, der... Was ist denn los mit dem Spiel? Ohohohohoho. Alter Schwede. Okay, pass auf. Direkt rennen. Direkt rennen. Jetzt geh doch mal da durch. So. Ja, 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 Kollege. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Komm, lauf, 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 lauf. Okay, ich glaube, der... Der kommt auch nicht mehr auf die Beine. Spring da hoch, komm. Oh, der ist ja immer noch auf den Fersen. Der ist ja uns immer noch auf den Fersen. Das ist okay, warte, 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 warte. Jetzt klettert er noch hoch, Mann. Die ist manchmal echt ein bisschen lahmarschig, habe ich das Gefühl. Alter, was ist denn mit denen los? Boah, ist die eklig, Alter. Geh weg von mir. Nein. Ich habe Hunger. Wie widerlich einfach. What the fuck, Alter. Schöner Arsch, der Herr. Und die haben auch ein Benehmen, Alter. Ist echt unglücklich. Oh, ihr... Da waren... Da war gerade... Da war gerade wieder ein... Ein kleiner... Hallo? Da war gerade wieder ein Zäpfchen gewesen. Ich will ihn umarmen. Das macht mich glücklich und motiviert mich. Da ist er. Komm mal hier. Ja, komm mal hier, du. No, 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 no. Einmal das Licht angemacht. Und wir müssen jetzt sicherlich hier irgendwie hochklettern. Das ist mir hier irgendwie... Hier irgendwie... Hallo? Ich komme hier nicht hoch. Ich... Ich komme hier nicht, ähm... Ach, wir können hier auch schmeißen? Oder... Damn, voll gegengeschmissen Ne, wie komm ich jetzt hier weiter Ich bin grad ein wenig überfordert Können wir hier irgendwie dazwischen die Platten irgendwie durch Ich Ich glaub wir können hier auch gar nicht weiter, kann das sein? Entschuldigung mal eben kurz Ich musste mal kurz husten So, äh, müssen wir hier weiter Ähm, ganz kurz mal eben Da hängt ein Bild von uns Da hängt ein Bild von uns Warum hängt da so ein kleines Foto von uns? Das würde ich ja gerne mal wissen Ah, warte, ich glaub ich weiß wo wir lang müssen Ich glaub ich weiß was wir Oh nein Wir müssen jetzt bestimmt über den Tisch Okay, let's go Ey, das ist doch echt unglaublich, Mann Alter, dann schieb doch Wenn du mich isst, ja Dann bitte mit Messer und Gabel Ich möchte wenigstens mit Stil gefressen werden Bitte Merke dir das fürs nächste Mal Ey, das gibt's ja echt nicht Ah, wir müssen ja, wir müssen da bestimmt über den Tisch und dann oben lang So ein Dreck Obwohl Ich hab grad eine Idee Ich habe gerade eine sehr gute Idee Wenn das funktionieren sollte, dann bin ich echt der glücklichste Mensch der Welt Okay, der zweite glücklichste Ich nehme denn jetzt nämlich mal den Hocker Und schieb mir den direkt zum Ende vom Tisch hin Äh, hallo Ich würde ganz gerne Komm, ich kann mir den jetzt ernsthaft hier nicht lang ziehen Weil da ein Brett So nicht in Ernst Wirklich Ich dachte, wir können den Hocker da jetzt hinschieben Kommen wir hier durch? Ich komme mich auch nicht durch Alter, das Spiel ist echt mies, Alter Ganz ehrlich Das Spiel ist echt Jetzt zieh das Ding doch mal Meine Fresse Jetzt krieg ich den hier auch nicht mehr raus Schade Ich könnte jetzt höchstens Wenn ich jetzt hier hochkletter Jetzt Jetzt spring da doch mal hoch, du Die reagiert nicht Ich drück grad Hört ihr das? Ich drücke grad X Und sie springt einfach nicht Ich weiß nicht warum So Wir könnten jetzt höchstens Den werten Herren Kollegen Hier am Arsch kratzen Aber das lass ich mal lieber Äh, ganz kurz Wie ist die denn, die Würstchen? Gönnt euch mal eben kurz Wie die eine da direkt über uns Die Würstchen frisst Das sieht ein bisschen Ich weiß nicht Wie so ein Wie so ein Holzschredder irgendwie Weißt du Der Ja, ey, komm Ist egal Also, nochmal Wie kriegen das hin? Wie kriegen das hin? Wie kriegen das hin? Nein, 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 nein Uh, 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 uh Uh, 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 uh Oh, oh, ja, 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 ja Oh, ja, 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 ist ja gut Ja, ja Esst ihr mal weiter. Nein! Ich hab Viereck gedrückt. Ich hab Viereck gedrückt. Komm, ich... Ich kann mich hier ranhängen, aber ich kann mich nicht hochziehen. Okay. Oder kann ich hier... Warte mal. Achso. Ach, schade. Die stellt sich auch manchmal so ein bisschen blöd an. Warum nicht einfach auf den Hocker gehen und dann den Tisch hochziehen? Jetzt muss ich wieder hier hinten hin. Ja, blöd. Ich bin gerade eben nicht gesprungen. Ich nehm hier gerade auch um 23 Uhr auf, weil... Alter, jetzt! Ey, spring nochmal, ey. Die springt nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. So, nochmal. So, einmal fix hier lang gehuscht. Guck mal, das lief doch schon mal gut. So. Einmal hier hoch und dann... X und... Was? 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 Halt dich doch fest, du Alte! Es ist doch recht, es ist... Weißt du, ne? Mit solchen Pro... Mit solchen Dingen hab ich immer so mega meine Probleme. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß echt nicht, warum. Die müssen sich ja auch inzwischen schon fragen, was läuft der denn hier dreimal lang? Ich hab Hunger. Hallo? Boah, der ist ja noch widerlicher. Rülps dabei auch noch. Ey, Entschuldigung, das ist echt grad ein bisschen peinlich, dass ich das nicht hinbekomme. Ich bin aber eben gesprungen. Ich bin da ran gesprungen. Ich weiß nicht, warum ich da nicht ran gekommen bin. Keine Ahnung warum. So. Ey, du ziehst voll die Folge in die Länge. Ja, mach ich mit Absicht. Damit ich fett Werbung reinknallen kann. Alter!